Ich habe den perfekten Ring gefunden. Ich habe gerade bei wärmeren Temperaturen extreme Probleme, damit dass meine eigentlichen Ringe nicht mehr passen. Meine Ringgrößen schwanken extrem. Also mal habe ich eine 50, mal habe ich eine 52 und wenn es extrem warm ist, habe ich tatsächlich teilweise sogar eine 54. Jetzt kommt es. Ich habe jemanden gefunden, der die perfekte Lösung für dieses Problem hat. Ein Juwelier, der vor drei Jahren die sogenannte Flow-Comfort-Systemtechnologie auf den Markt gebracht hat. Und zwar handelt es sich dabei um Ringe, die innen drin zwei Spangen haben. Ich hoffe, man sieht es so, ansonsten zeige ich euch das gleich nochmal richtig. Und diese Spangen, die federn. Das heißt, wenn meine Finger schmaler sind und ich theoretisch eine 50 tragen würde, dann hält der Ring aufgrund dieser beiden Spangen im Inneren trotzdem perfekt. Wenn meine Finger jetzt aber etwas dicker werden und ich eine 52 oder teilweise sogar eine 54 trage, dann drücken sich diese Spangen einfach ins Innere des Ringes und bieten mir dadurch mehr Platz. Das heißt, er passt mir jetzt an meinem Ringfinger, wie ihr sehen könnt. Ich kann ihn aber auch an meinem Mittelfinger tragen, weil die Spangen einfach Platz machen. Das ist auf beiden Fingern ein super angenehmes Tragegefühl. Also es fühlt sich nicht zu locker an, wenn er auf meinem Ringfinger sitzt. Also er sitzt sehr fest, ich kann meine Hände schütteln, ich verliere ihn nicht. Das ist ein sehr angenehmes und sicheres Gefühl. Und wenn ich ihn auf meinen Mittelfinger trage, dann passt er immer noch. Und ich fühle mich nicht eingeengt. Das ist immer noch ein sehr angenehmes Tragegefühl. Ich werde euch gleich einmal zeigen, wie genau sich die Größen wirklich verändern. Und in der Nahaufnahme zeige ich euch nochmal, wie diese Spangen wirklich funktionieren. Aber für mich ist es wirklich der Game Changer. Und sei es jetzt nur, weil man selber einfach gerne Ringe trägt und ich möchte, dass sie während der Jahreszeit nicht passen. Aber gerade wenn es um das Thema Eheringe geht, und dafür sind diese Ringe hauptsächlich gedacht, es ist ja schon schön, wenn dieser Ring auch wirklich für immer passt und nicht alle paar Jahre angepasst werden muss. Weil man kann über die Jahre natürlich Gewicht abnehmen oder Gewicht zunehmen. Und damit verändert sich dann auch die Ringgröße. Und mit diesem System hat man einfach nicht mehr das Problem, dass der Ring nicht passen würde. Weil er würde passen, wenn man zwei Ringgrößen abnimmt oder auch wenn man zwei Ringgrößen zunimmt. Also wirklich, ich bin komplett begeistert. Und ja, ich werde euch gleich nochmal genauer zeigen und erklären, wie das Ganze funktioniert. An diesem Beispiel ist etwas deutlicher zu erkennen, wie dieser Ring von innen aussieht. Hier an der Seite seht ihr die beiden Spangen und die lassen sich reindrücken. Das heißt, wenn der Finger etwas geschwollener ist oder man allgemein Gewicht zugelegt hat, drücken die sich einfach an den Rand. Wenn der Finger aber etwas schmaler ist, dann sind die Spangen weiter vorne und geben so trotzdem sicheren Halt. Die Ringe kann man sich nach eigenen Wünschen ganz individuell zusammenstellen. Und zwar kann man, wie man hier sieht, Gelbgold im Inneren nehmen oder auch, wie hier, Rotgold. Man kann den Ring auch komplett in Gold nehmen. Also man kann sich das komplett zusammenstellen, mit Stein, ohne Stein, ganz individuell nach den eigenen Wünschen.